Schnappi? Nein, Schnappi machen wir nicht. Du Troll. Du Troll. Schnappi. Wir machen jetzt hier... Was machen wir jetzt? Wir machen etwas. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir machen... Ich hatte vorhin irgendwas im Kopf, wo ich machen wollte und jetzt weiß ich es nicht mehr. Heieiei. Ist sie aber auch wieder hier. Löwenzahn hatten wir schon. Was gibt es denn für andere catchy Melodien? Klassik oder so? Beethoven? Das war aber Pachbäll. Da habe ich neulich auch schon mal gemacht. War aber nicht so gut. Wenn zwei Drittel der Töne daneben sind, erkennt man das Lied nicht. Wer hat die Kokosnuss geklaut? Oh geil. Wer hat die Kokosnuss geklaut? Kokosnuss? Kokosnuss geklaut. Geklaut Lyrics. Wir machen ja die Kokosnuss geklaut, Leute. Songtext von Die Lollipops. Die Affen rasen durch den Wald. Der Koko macht sie alle kalt, lol. Wie geht das los? Die Affen rasen durch den Wald. Der eine macht den anderen kalt. Die ganze Affenwande brüllt. Die Affen... Wie geht das los? Von der Melodie weiß ich nicht mehr. Warte mal. Äh... Kokosnuss geklaut. Und dann einfach das Video angucken. Kinderlieder. Kokosnuss. Okay. Wir klauen... Wir klauen uns das einfach. Achtung. Die Affen rasen durch den Wald. Der eine macht den anderen kalt. Die ganze Affenwande brüllt. Wer... Der eine macht den Rasen durch den... Das ist einfach... Die Affen rasen durch den Wald. Okay. Plus 18 Jahre Stream. Okay, warte. Ich muss das so... So ist gut. Jetzt machen wir hier das noch an. Hallo. Okay. Das ist viel zu viel Hall. Das ist viel zu viel Hall. Nochmal weg. So. Okay. Carsten Widerstand auf eure Ohren. Boys and girls. Ist das rund? Ne, das ist nicht rund. Ich muss das nochmal machen. Okay. Nochmal. Warte. So. Ah, das war rund. Oh, jetzt habe ich es. Ich habe wieder Katzenhage liegen. Alter. Ach so. Oh, nice. Ich habe genau den Moment erwischt. Das ist schwierig. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ach, nicht auf den Warteschlag. Nee, 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 ich meine, bitte, müsst ihr das dann beitkommen. Da ist ein Hoch. Wer hat die Kokosnuss geklaut? Die Affen rasen durch den Wald. Der eine macht den anderen kalt. Die ganze Affenbande brütteln. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss geklaut worden? Die Affenmama sitzt am Fluss und mangelt nach der Kokosnuss. Die ganze Affenbande brütteln. Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut worden? Wer hat die Kokosnuss geklaut worden? Der Affenunkel, welchen Graus, schrass ganze Urwaldbäume aus. Die ganze Affenbande brütteln. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die? 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 Wo ist die Kokosnuss? Der Affenunkel hat die schon. Scheiße, gleich nochmal von folgen. Der Affenmilchmann, welch ein Schmick. Er lauert auf die Kokosnuss. Die ganze Affenbande brütteln. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut worden? Wer hat die Kokosnuss geklaut worden? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Die Affen braut, denkt selbst beim Kuss. Nur immer, dann die Kokosnuss. Die ganze Affenbande brüttelt. All together now. Kokosnuss, yeah. Wo ist die? Wo ist die? Wo ist die Kokosnuss? Beuze, gleich. Kokosnuss? Hast du die Kokosnuss? Kona, gib die Kokosnuss her. Sofort. Und die Moral von der Geschichte. Ich hab keine Kokosnüsse, nicht. Weil sonst die ganze Bande brüttelt. Ich hab die letzte Strophe vergessen. Das Lied macht gar keinen Sinn. Ich hab das Affenbaby vergessen. Das Affenbaby vollgenutzt. Hätt in der Hand die Kokosnuss. Die ganze Affenbande brüttelt. Hier ist die Kokosnuss, hier ist die Kokosnuss. So hat die Kokosnuss geklaut. Hier ist die Kokosnuss, hier ist die Kokosnuss. Es hat die Kokosnuss geklaut. Das Baby war's. Und die Moral von der Geschichte. Ich hab keine Kokosnüsse, nicht. Weil sonst die ganze Bande brüttelt. Wo ist die? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wer hat sie? Nice. Alter, aber ohne Scheiß. Das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. I'm fucking proud on this now. Das ist hier wahrscheinlich die weltbeste Improvisation zu dem Thema Kokosnuss. Die ja jemals gesehen haben, werden getutet. So sieht's nämlich aus. Kokosnuss, Boys and Girls. Das Affenbaby. Das stelle man sich mal vor. Kona hat die Kokosnuss. Bist du das Affenbaby? Instant Vertrag mit Dieter Bohlen ausmachen. Easy. Der muss mal zu mir kommen, nicht ich zu dem. Hallo? Geht denn der Krümel zum Kuchen oder was? Nee. Das ist Premium Unterhaltung.